Moin oder was geht und herzlich willkommen zurück zu live Modern Warfare 3 hier mit eurem Fungi. Ja, ich würde sagen, das ist hier Fungis Wiedergeburt in der COD-Szene. Ich war lange nicht aktiv, was COD angeht. FIFA habe ich ja ganz, ganz viel gespielt. Aber was COD angeht, war ich natürlich ganz auf Eis gelegt. Aber jetzt bin ich mal wieder dabei. Ich habe Bock und ich spiele auf dem PC natürlich live. Meine alte Heimatplattform. Und wir spielen hier erstmal ein gediegenes Team Deathmatch of Heart. Ich habe hier eine 2,56er KD in Team Deathmatch, aber ich denke, ich kann dieses Spiel nicht halten, weil ich bin absolut nicht eingespielt. Das ist mein allererstes Spiel seit, lass mich nicht lügen, einem Monat, anderthalb Monaten oder so, dass ich mal wieder COD angerührt habe und noch länger her, dass ich es auf dem PC angerührt habe. Ach, du ahnst es nicht. Es fühlt sich schon ganz, ganz fremd an. Oh, fucking! Das war gut, das war gut. Ich würde sagen, COD ist wie Fahrradfahren. Das verlernt man nicht. Würde ich jetzt mal ganz arrogant sagen. Ganz verlernen tut man es nicht, aber Man ist natürlich nicht eingespielt und das sieht man am Aiming. Aber keine Angst haben. Keine Angst. Immer weiter vor. Ich bin so gut wie tot. Ich weiß, dass du da bist. Ich weiß, dass du da bist. Hat er denn Taktik-Einstieg? Nee. Okay. Da hinten hin. Ah, ich wusste es! Alter! Oh mein Gott! Nein, ich hänge! Alter! Richtig glücklich! Und richtig schlecht gezielt! Yo, die wollen mich, die wollen mich, die wollen mich! Im Moment sieht es wirklich nicht so schlecht aus. Mein Aiming ist natürlich das krüppligste der Welt. Ich kann es einfach kaum glauben, dass mein Aim wirklich so schlecht ist. Ähm, ja. Die wollen mich. Lauf ich da jetzt hin? Komm! Ich brauche erstmal mein Movement wieder, echt. Oh nein. Specialist. Hier rum. Alter, war das knapp. Nein! Von hinten! Ei, ei, ei! Oh, dieser Lacker. Ich will das natürlich auch gewinnen. Boah, wusste der das. Scheiße. Alter! Nein! Oh! Ich bin konzentriert. Sorry, Leute. Ey, öffne das nicht, öffne das nicht! Hör drauf! Fuck! Alter, zum Glück ist sie nicht auf mich gegangen, echt. Da hinten war noch einer im Tunnel. Oder auf dem Tunnel. Ich vertraue da auf meinen... Verbündeten. Ich bin tot. Oh mein Gott, Leute. Guckt nicht hin. Vergewaltigung des Aims ist das. Nee. Ja, nein! Oh, ich bin grad so vor mitgegangen mit dem Aim, ne? Wir verlieren wirklich. Scheiße. Wir verlieren. Kacke. Kacke. Oh! Sauber. Sauber. Auf was schießt du? Ja, die sind alle hinterm Tunnel. Gleich kommt aber einer von hier. Bestimmt. Ich wusste es! Alter! Ah! Komm, Leute, wir schaffen das. Fuck. Da kommt noch einer. Kommt noch einer. Fuck! Oh nein, Airstrike. 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 Airstrike, Leute. Fuck, das war's. Fuck! Knappes Ding. Naja, 900 Punkte. Das sind 9 Kills. Ah, egal. Ich finde, ich hab mich ganz gut geschlagen für mein erstes Spiel. 27,5. Ich verabschiede mich jetzt mal in dieser Runde mit einem Gutsport. Bis zur nächsten Runde. Haut rein, euer Fungi. Peace!